Der Ruhm, wie alle Schwindelware, hält selten über tausend Jahre. Zumeist vergeht schon etwas eher die Haltbarkeit und die Couleur. Ein Schmetterling voll Eleganz, genannt der Ritter Schwalbenschwanz, ein Exemplar von erster Güte, besuchte jede Doldenblüte und naschte hier und naschte da sich Nektar und Ambrosia. Die jungen Mädchen fanden dies entzückend, herzig, reizend süß, vergebens schwenkten ihre Mützen die Knaben, um ihn zu besitzen, und selbst der Spatz hat zugeschlappt und hätte ihn um ein Haar gehabt. Doch endlich naht sich ein Student, der seine Winkelzüge kennt. In einem Netz mit engen Maschen täte er den Flüchtigen erhaschen, und da derselbe ohne Tadel, spießt er ihn auf die heiße Nadel. So kommt er unter Glas und Rahmen, mit Datum, Jahreszahl und Namen, und bleibt berühmt und unvergessen, bis ihn zuletzt die Motten fressen. Man möchte weinen, wenn man sieht, dass dies das Ende von dem Lied. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.